So, willkommen zurück zu einem anderen, zu, zu einem anderen Let's Play Adventure Crab, gelangt auf Zelda. Kurz einmal nicht sein Glitch passiert, dass bei mir ein Deckelstopp Feuer gefangen hat. Danach war es wie eine Stonewallie, also wo man, äh, Stein, 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 Sichel oder sowas. Dann konnte ich, dann habe ich es kurz in einem Block ausprobiert und sonst irgendwas. Oh, oh, we got it. So sehen wir es nicht so. Naja, wie auch immer. Ihr habt gemerkt, dass die Musik letztes Mal zu laut war. Viel zu laut. Genau, darum Volume Down bei den anderen Videos. Ja, ich hab mich jetzt wirklich gar nicht gesehen, wie ich es hier bin. Schmalken. Ja, ich sehe es gar nicht mehr, wie ich es hier bin. Ich hoffe, ich sehe es jetzt. Ja, ich sehe es jetzt. Oh mein Gott. Das war in dieser erst am Kliff. Oh, was hast du denn getan? Ich hoffe es nicht. Naja, ich bin stolz davon. Ich habe keine Ahnung, wie du an ihm sich wünschst. Also ja, das heißt, ich muss das ohne Pupil machen. Ich dachte mir nur im Fahrrad. Ähm, okay, also genau. Ich habe mir nur ein paar YouTube-Videos von dem einen Kerl angeschaut und habe mich wirklich zu einer Sekunde, zu einer anderen Sekunde ab. Schon habe ich es hier vorgespielt. Hm. Daumen hoch. Ja! Yay! Ich weiß, es war noch. Da ist das. Aua! Aua! Das ist wirklich vorher warm. Aua! Was jetzt? You have to be kidding me! Aua! Ich bin ernsthaft. Das ist wirklich so. Verdammt! Verdammt! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Neh wohl. Schon wieder. Mann! An dieser Stelle werde ich nur noch abflussen. Verflucht nochmal. Oh Mann! Verdammt! Verdammt! Puh! Just made it! Und ich habe einen anderen Sonderseckett. Das ist ja noch ein anderes Sonderseckett. Hä, hä, hä? Wann dürfen Sie darüber laufen, hä? Ja, ich kriege die Kerze. Ja, ich kriege die Kerze, ich kriege die Kerze. Ja, ich kriege die Kerze, ich kriege die Kerze, ich kriege die Kerze. Ja, ich kriege die Kerze, ich kriege die Kerze. Ja, ich kriege die Kerze, ich kriege die Kerze. Ja, ich kriege die Kerze, ich kriege die Kerze. Oh man, find your safety. Find your safety. Hey boy. Huh? Oh man. Remember safety in there too? Yeah. 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 And here it is. I'm going to shoot the laser. Yeah. Yeah. Fuck. Abgelöst. Yeah, no. Yeah. 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 Ja, ich weiß nicht, was ich besiegt. Mit diesem Letzplatz entweder man shifting oder man lengthen oder hin. Ja, das... Aua! Und gestorben! Und noch einmal! Ja, weiter geht's! Wo bin ich jetzt hin? Ah, endlich bin ich hier! Was war da? Aua! Okay, da komme ich wohl nicht klar. Aua! Hm, wo jetzt aber? Kann das sein? Ist sogar so! Ja! 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 Ich muss nicht mehr mit dem Bogenskelett rumkämpfen! Ja! 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 Ich Pretty fatig lang! Und diese carburet werden soll! Witz aufzuteilen! ¿de какой же blitze Witz aufzuteile? Nun gut, Leute. Bis zum nächsten Mal!